Am 11.11., so der Brauch, stürmen die Narren die Rathäuser und nehmen den Bürgermeistern die Rathaus-Schlüssel ab. So auch in der Elbe-Elster-Kreis-Stadt Herzberg, wo traditionell der Griefendorfer Karneval das Zepter für die Zeit der fünften Jahreszeit übernimmt. Gerd Rothaug, mittlerweile im 25. Jahr Präsident des Griefendorfer Karnevalsvereins, musste Herzbergs Bürgermeister Carsten Oelle-Prütz nicht lange bitten. Und jetzt, wo haben wir den Rathaus-Schlüssel übernommen? Dafür seid ihr heute ja hierher gekommen. Wir wünschen uns alle eine gute Zeit, vor allem mit bester Gesundheit. Zum Schluss sage ich nun, Kind, Mann oder Frau, Herzberg und Griefendorf, helau! Mit kleinen Auszügen aus dem Programm begeisterten vor allem die Funken des Griefendorfer Karnevals das Publikum. Alle karnevalistischen Termine des GKV finden Interessierte auf der Facebook-Seite des Vereins.